Für mich ist es schöner am Job, weil er so vielfältig ist. Man hat viele Sparten, die man eben erfüllen muss, sei es die Patientenversorgung, der Angehörigenkontakt, das fachliche Wissen, das Hintergrundwissen. Weil ich gerne im großen Team arbeite, so meinen Teil an der Gesellschaft beitrage, eben dadurch, dass ich Menschen helfe hier im Krankenhaus. Weil ich jeden Tag gerne zur Arbeit komme, weil wir ein unheimlich cooles Team sind und mir die Arbeit Spaß macht. Ich mag meinen Job, weil ich beruflich gern mit Menschen zu tun habe, gern Menschen helfe und weil das Arbeitsklima hier wirklich sehr angenehm ist. Weil sie einfach nie langweilig wird. Wir haben immer neue Projekte, immer einen komplett anderen Bereich eigentlich und man hat hier mit ganz vielen interessanten Menschen zu tun. Ich arbeite gern im Leogodiner Krankenhaus, weil wir eben flexible Arbeitszeiten haben, wir werden dafür gut bezahlt und wenn was mit der Rettungshundestaffel ist, dass wir Einsätze haben, werde ich freigestellt. Ich arbeite sehr gerne hier im Leopoldiner Krankenhaus, da es eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit und eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit ist. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Patient und natürlich hier in der Apotheke auch die Arznei-Therapie und die Arzneimittelherstellung. Ich merke an meinem Job, dass man dem Patienten bei seiner Genesung quasi zuschauen kann, dass man zunehmend sieht, wie es ihm besser geht und dass der Patient sich dabei auch möglichst wohl fühlt, dass man dafür zuständig mit uns sorgen kann. Ich arbeite gerne im Leopoldiner Krankenhaus, weil es ein großes Haus, ein Haus der Schwerdenversorgung ist. Alles gelernt, was man lernen muss und wir sind ein tolles Team und haben ein sehr gutes Arbeitsklima. Ich arbeite gerne im Leopoldiner Krankenhaus, weil ich einfach so tolle Kollegen habe und ich arbeite gerne mit pflegebedürftigen Menschen. Ich arbeite gerne im Leo, weil es nah am Monat ist und viel zu tun gibt mit dem Leo bzw. viele verschiedene Bereiche im Leo sind und je nachdem, was mich am Ende hin verschlägt, habe ich, denke ich, gute Chancen, wenn die Schulnoten passen, dass ich dort auch meinen Beruf bekomme.